um so meine damen und herren hat es der erste wer viel zu erhaben die aufnahme test und ich weiß jetzt nicht wo es hier lang geht weiter what the fuck erst mal mediziniert hier will ich behaupten so ein taktisches kämpfen betreiben ich habe die maus dingens belegung gar nicht gemacht wow wow yala yala boom dass im team i zum thema und ich muss hier erst mal echt klarkommen ich suche mal vergeblich die haben mich festgekriegt fack werde ich mal losgekriegt sie topens in dem sie topen in dem German Tone. Mach immer so. Wo rennt er hin? Wo rennt er hin? Hat der Sniper oder was? Schnappe. 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 Nicht Sniper. Hier kommt ein Medikin. Kann mich nicht bewegen. Hilfe! Ich mag keinen See. Problem ist, ich kenne die Karte nicht. Doch, ich kenne die Karte. Aber ich bin auch nicht so geübt. Hier hast du ein Medikin. Wo habe ich dir meine Eier? Oh, das ist ein Baezy. Ja, das ist ein Thema. Hatita, 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 hatita. Ich weiß teilweise echt gar nicht, wo ich hin muss. Jetzt gerade. Das ist ein Medikin. Das ist ein Medikin. Brrrr. Beta, alter. Wir wurden vertrieben. wir wurden vertrieben haben das was ich mache meine maus jetzt mal wieder auf normal wie immer sie könnte das war wohl nix was habe ich denn da für knärz ok muss ich das kaufen wapala 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 da muss ich mich ja erstmal echt schwermäßig dran gewöhnen aber das ist ein komisches hardcore wo da bin ich da ist der benni wieder mit der maus das sollte man gar nicht hochladen das sollte verstraft und verpönt werden aber das ist halt ne hardcore hier kommt ein medik sorry rennt er mir durch laufe ich kann ich leider nicht wiederbeleben bom scheiße ich hände fest ich habe Brauuuum! Granate wird geworfen! Oh shit! Der geht zu mir! Erstmal... Taktisch-Game... Gamping-Gamping-Gamping-Gamping-Gamping-Gamp-Gamp! Wow! Wow! Warte mal, wie komme ich denn danach eh? Zum schnellsten? Einfach mal hinrennen, ey! Jo, lauf noch mal, wenn ich noch besser sehen kann, wenn ich nicht herrenne! Tuch, 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 tuch! Da, 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 da! Die Kavalerie, die Kavalerie! Da, 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 da! Die Kavalerie kommt! Da hinten ist einer! Die Kavalerie ist da! Ich stelle mich jetzt hier in die Ecke hin! Scheiße! Kann ich den schon mal kaufen? Bumm 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 Eine Lampen, wow Wem ist eine Lampen? Nehmen den Griff Hier ist ein Medikind Oh Oh Da muss man auf klarkommen Sie schmeißen Sie aus unserem eigenen Gebiet 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 sagt er Gebiet Gebiet Aus unserem Gebiet Aus unserem Gebiet 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 Ich werfe eine Granate Oh ich rennt er meine Granate Oh oh Oder nicht Oder nicht Oder nicht Gebiet 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 Oh das ist Ich fühle mich gerade hier voll jungfröhlich Vom Hardcore direkt Das ist jetzt ganz schön Hardcore Kontrollpunkt Kontrollpunkt Hm Da nubt der Benni wieder rum Aber das Aber das Kennt man hier von mir nicht Anders Mit dem rumdogen Scheiße Ja Die Das Die Das Die Wow, 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 wow habe ich im bräuner plack gemacht jetzt aber schlechtes gewissen ich winke erst mal anstrengend anstrengend ich bin ein bisschen mehr von kommen